Hey, du. Ja, genau du. Ich bin Mora. Und wenn du willst, nehme ich dich mit auf meine Reise durch die Rabenmark. Aber Vorsicht, da drüben herrscht ein rauer Ton. Wenn's dir zu heiß wird, mach ne Pause. Die Mitreisenden spielen dir vielleicht etwas vor. Deshalb nimm, was sie sagen, nicht für bare Münze. Aber vielleicht würdest du uns ja trotzdem begleiten. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Die Mitreisende 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 Die Mitreisenden � tippt Die Mitreisende Kommen sie wir viel von mir habt ihr noch irgendwie was was völlig wichtig findet zum ergänzen dem ist nicht so am auch dann noch kleiner hinweis wir spielen hier nicht nach dsa regeln sondern wir haben ein kleines eigenes Regelsystem, das sehr erzählerisch aufgebaut ist und deswegen erwartet hier keine großen Regeldinge, keine Würfel, die hier fliegen oder so. Und falls ihr was in den Chat schreibt, das ist sehr willkommen und könnt jeder mit jederzeit Fragen oder Anregungen bringen. Wenn ihr das Abenteuer kennt, vielleicht keine Spoiler, das wäre ein bisschen blöd. Aber sonst gerne, jeder Kommentar ist willkommen. Erwartet nur nicht, dass wir sofort darauf reagieren, weil wir sind meistens sehr gut mit dem Spiel beschäftigt. Aber ich versuche mein Bestes. Gut, dann drücken wir mal auf die Aufnahme. Und wir geben uns in die Hauptstadt der Rabenmark nach Altzoll. Es ist ein paar Stunden her, seit du Jandrik, Astanio, Osko und Mora gesehen hast, Elena. Ja, und Mora's Vater ist der einzige, der mit dir im Haus geblieben sind, während die anderen noch geschäftige Dinge tun mussten. Verschiedene, wahrscheinlich sich von den Familien verabschieden oder irgendwelche anderen wichtigen Sachen noch einmal ins Gebet vertiefen. Und so euphorisch, wie Elena war am Anfang, ob der Euphorie, die sie ja entfacht hatte unter den Widerstandskämpfern, so sehr packen sie auf einmal die Zweifel, jetzt wo sie alleine mit Mora's Vater in der kleinen Stube sitzt, ob das denn der richtige Weg war, mit einer Lüge die ganzen Menschen aufzuwiegeln. Aber nun ist es einmal geschehen und zumindest hat Elena dafür gesorgt, dass der Widerstand im Widerstand durchbrochen wurde und sich genug Menschen gefunden haben, um an dem Kampf teilzunehmen. Und Elena weiß auch, sie wird die Hilfe der Leute brauchen. Was passiert denn nun in den letzten Minuten, bevor es dann losgeht Richtung Tor? Ja, wie beschrieben ist Selenas Schultern, ihre gerade Haltung eingesackt, sobald die Leute das Haus verlassen hatten. Sie sitzt da ein bisschen eingesunken und das merkt man wirklich, dass sie halt grübelt und Bauchschmerzen hat und schaut dann nach ein paar Momenten auf zum Herrn Wallrand. Ich glaube, ich muss nochmal beten gehen. Ich kann das nicht stehen lassen, diese Lüge. Wo willst du denn hin? Ich nehme ein paar Kohlen aus dem Feuer und gehe auf ein Zimmer. Das sollte reichen. Du kannst nach oben auf den Dachboden gehen, ja. Das klingt auch nach einem Klang. Habt ihr einen Eimer für mich? Oder einen Topf, wo ich mir ein paar Kohlen mitnehmen kann? Ich kann den Topf hier sauber machen, vom Essen. Das sollte gehen, ja. Mach dir nicht zu viele Gedanken, die Leute sind es hier gewohnt, angelogen zu werden. Die Leute sind es gewohnt, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Lüge. Und eine, die nicht zu klein ist. Weil etwas Geweihtes vorzutäuschen. Ihr habt gehört, was ich bin, ihr wisst es jetzt. Ich bin ein Amazone, auch wenn ich, naja, war eher ein Amazone, aber der Glaube ist mir doch sehr wichtig. Und so etwas zu behaupten, reitet mir Bauchschmerzen. Verstehe, das hat was mit diesem Ehrgefühl der Rondra zu tun, nicht wahr? Ja, das ist immer noch ziemlich drin. Ich bin damit aufgewachsen, ich habe es mit der Muttermilch aufgenommen. Verstehe schon. Aber du weißt auch, dass es noch andere Götter neben der Rondra gibt? Ja, schon klar. Wenn es schon nicht der Rondra gefällt, was du da getan hast. Ich bin mir sicher, einer der anderen zwölfe, also Fax zumindest, würde das ziemlich gut heißen, was du getan hast. Ja, das schon, aber ich bin halt nicht so Fax zugeneigt. Eher noch, dann am ehesten noch. Das muss man auch nicht sein. Ja. Ich bin auch ja Hesinde zugewandt. Ich habe ja eigentlich nichts gelernt in Urkernwacht über die anderen elf Götter neben der Rondra. Das war schon eine Erfahrung. Ich habe meiner Tochter damals beigebracht, dass man den Segen von zumindest allen möglichen Göttern haben sollte, um genau in solchen Situationen zumindest sich auf einen verlassen zu können. Ja, 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 da sagt ihr wahre Worte, aber es ist trotzdem. Ich glaube, das ist so angelegt. Ja, ja. Die Zwölfe müssen halt jeglichen Aspekte des Lebens abbilden können. Und es geht nicht nur mit Ehre und Kampfbereitschaft der Rondra. Wenn das ganze Leben wäre, dann wäre es ziemlich trist und wahr. Das kommt auf den Standpunkt drauf an. Wenn man nichts anderes kennt, ist es nicht trist und wahr. Es ist das Einzige, was man kennt. Ja. Das Einzige, was ich kannte. Das Einzige, was du kanntest. Ja, und jetzt lernst du andere Facetten des Lebens kennen. Oh ja. Und auf einmal passt das Ganze nicht mehr so hundertprozentig. Und da kommen die anderen ins Spiel. Und das ist doch gut so. Ja, ich verweigere mich dem ja auch nicht. Nur ich habe halt meine, der ich mehr verschrieben bin als den anderen. Das haben wir alle. Eben. Geh ruhig und entschuldige dich. Ich bin mir sicher, dass zumindest wenn du kein Gehör findest und sie dir böse ist oder so, dass Fex ein gutes Wort für dich einlegt. Na ja, wir werden sehen. Das ist das Gute an diesem Gott. Der ist nicht so nachtragend. Wie manche andere. Wenn ihr das sagt. Weiß ich nicht. Also ich habe ihn noch nie getroffen oder gesehen. Das ist das, was ich mir habe sagen gelassen. Keiner von uns hat jemals wirklich einen Gott gesehen, oder? Nein, aber. Selbst auskundig. Aber ich habe ihr Wirken gesehen, ihre Macht. Das war beeindruckend. Mehrmals. Ich habe mich Rondras Macht gesehen. Das war auch zum Teil erschreckend. Ich möchte ihren Ärger nicht. Ja, dass die Götter real und wirkungsmächtig sind, davon habe ich ja nicht abgesprochen. Ja. Naja, Moment. Wenn du den Tropf selber abtrocknest, geht es schneller. Ja, klar. Ich werde dann mal ein paar Fenster verbarrikadieren, falls irgendwas schief geht, dass wir uns hierhin zurückziehen können. Das ist ein guter Plan. Oder stört dich das Hämmern, wenn du betest? Hängt hier in einem Dorf, ist es ruhig, oder auf einer Amazonburg, wäre es jemals ruhig? Ruhiger als in der Stadt? Nein, eher weniger ruhig. Eher lauter. Es deckt sich nicht ganz mit meinen Erfahrungen, aber wenn ihr das behauptet. Es kommt halt auf die Tageszeit auf an, aber es herrschte auf Registreiben. Also bevor ihr losgeht, noch eine kurze Frage. Wie genau plant ihr das Ganze denn da jetzt mit? Die sind alle nicht ausgebildet. Also einige schon, aber die meisten nicht. Die können nach vorne, der Rest soll dahinter bleiben. In der Hoffnung, dass wir diejenigen, den Magier recht schnell erwischen, oder ich. Das heißt, wenn der Gegner Fernkampfwaffen hat, dann fallen zuerst die, die fähig sind? Oder andersrum. Ich bin immer eine Gefolgsbogen gewesen. Du musst die Leute anführen. Ja! Bogen haben Reichweite, das ist egal, wer wo steht. Du machst das schon, aber ich wollte nur sagen, wenn ihr da anstürmt, ich weiß, dieser Gedanke ist scheußlich, aber ich würde die Entbehrlichen nach vorne schicken. Mhm. Vielleicht ist ja von den anderen auch jemand dabei, der ebenfalls Kriegserfahrung hat. Ich bin immer nur gefolgt, hab mir geführt. Ich fürchte, wir werden viele Opfer haben. Mhm. Ich komm auch mit. Aber ich kann nicht so gut laufen, von daher. Vielleicht solltet ihr dann, ihr solltet vielleicht hierbleiben. Ich bleib hinten und werde eine Schleuder benutzen. Nein, aber wenn dir die Sache ist, am besten bleibt ihr hier, dann ist jemand hier und kann die anderen reinlassen, wenn sie zurückkommen. Nichts für Ungut, dass ihr mitkämpfen wollt. Dass irgendjemand hier reinläuft. Und, was soll er hier machen? Töpfe klauen? Nein. Ich hab nix mehr. Ja. Alles das, was ich will, ist entweder im Tagunitor-Tempel oder am Tor. Oder dahinter. Die Freiheit. Ja. Gilt für mich auch so. Vielleicht fragt ihr Rondra, wie er vorgehen sollte. Das ist das Einzige. Das ist eines der wenigen Dinge, die ich von ihr bitten kann, ja. Ein bisschen Strategie. Rechnet nicht damit, dass ihr ehrvolle Krieger gegen euch habt. Ja. Dahingehend werde ich definitiv nicht nach Rondra tanzen. Also in Schwertanz tanzen. Na, dann los. Ich war ein paar Jahre Söltnerin, da lernt man sowas. Auch wenn's hart war. Und Elena schnappt sich dann den Kessel mit Kohlen. Geht auf den Speicher. Stellt ihn so ab, dass er nicht das Holz anbrennt. Kleinen Kessel. Zieht ein kleines Messer. Schneidet sich auf die Hand. Und lässt ein paar Bluttropfen auf den Gluttropfen, sodass es aufsteigt. Es riecht nicht angenehm, aber was in dieser Stadt riecht, schon angenehm. Und vertieft sich in das Gebet. Kniet einen Moment. Atmet den Geruch ein. Und fängt dann, betet dann zu Rondra. Herrin Rondra, ich habe euch vorhin Unrecht getan, zu behaupten, dass dieser Säbel euch geweiht war. Ich entschuldige mich dafür. Ausgerechnet von hier bete ich euch, bete ich zu euch aus dem Ende der dunkten Flecken dieses Landes. Ich erbitte nichts für mich, nur vielleicht ja ein bisschen Einsicht, wie ich am besten vorgehe in diesem Kampf. Und Schutz für die Leute, die mich begleiten. Sie sind nicht unbedingt dafür ausgebildet, zu kämpfen. Aber sie haben den Willen und den Drang nach Freiheit, den ich in ihnen anfacht habe, mit dieser Lüge, die ja euch nicht wahrscheinlich euch nicht gefallen hat, aber sie war notwendig. Ja. Was habe ich noch? Ja, schützt noch die vier, meine vier Freunde im Tempel. Perguni, der Tempel, da haben sie sich reingetraut. Ich bewundere ihren Mut, weil auch ich werde ihnen dahin folgen, so es denn nötig ist. Wir müssen diese Stadt versuchen zu befreien. Ja. Sind mir die Worte ausgegangen? Delina kniet noch eine Weile, horcht einfach in sich hinein und konzentriert sich, bereitet sich gedanklich auf das vor, was kommt. Währenddessen stolpert Mora mit Astanio über die Balustrade die Treppe hinunter und Astanio zuckt ein bisschen zurück und meint dann irgendwann so, warte, 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 wo ist die, wo ist die Kleine? Was, wer meinst du? Du meinst, diese Borbel? Ja. Ich glaube, die schafft es nicht. Verdammt. Die sitzt oben vor der Tür. Lass mich kurz ausschnaufen, ich glaube, wenn wir jetzt schnell runtergehen, dann bin ich nicht so eine große Hilfe, aber warte, lass mich kurz ausruhen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich jetzt runter in den Keller begleite, oder? Wir gehen hier raus. Da ist doch, Jandrick und Osko sind doch in den Keller, oder? Das war doch der Plan. Richtig, aber du bist blind, Astanio. Das meine ich doch. Lass mich kurz aushalten und dann geht das schon gleich wieder. Ich muss nur die Kraftlinie anzapfen. Ich will dich sehnen und unter keinen anderen Umständen in diesem Keller haben. Ich kann nicht einen blinden Magier gebrauchen, der... Deswegen will ich doch die Kraftlinie anzapfen. Ja. Und sie... Lass dich nochmal nicht stören. Das ist eine dicke Beule. Gehirnerschütterung oder so. Das ist alles andere als... Denkst du, die beiden schaffen das nicht alleine? Nein. Na, fein. Fein. Und sie blickt ihm mirrisch ins Gesicht, aber seine Augen sind immer noch trüb. Wenn du was tun willst, dann nimm den Kopf und schmeiß ihn raus auf den Vorplatz. Du hast recht. Und energisch greift sie nach dem Kopf, den er in der Hand hält, nimmt ihn weg und läuft tatsächlich zum nächsten Fenster und wirft ihn mit viel Schwung auf den Vorplatz. So. Und jetzt gibt's Panik auf Ansage. Und sie blickt diesem Kopf tatsächlich hinterher und schüttelt ein wenig ihren Kopf, was sie gerade getan hat. Naja. Und dann stellt sie sich einfach einen Moment schweigend neben Astanio und legt ganz langsam ihre Hand auf seine Schulter. Ja, der steht breitbeinig unten an der Treppe inzwischen und schwingt seinen Stab in einer merkwürdig rhythmischen Bewegung immer von links nach rechts, wiegt den Kopf in einem entgegengesetzten Rhythmus in die andere Richtung und blickt dich immer noch mit trüben Augen an und denkt dann an irgendwelche merkwürdigen Worte zum Murmeln, die du entweder ob das Murmeln ist oder ob der Sprache gar nicht richtig verstehen kannst. Atme dann einmal tief ein, schließt die Augen und als er sie wieder öffnet, siehst du ihm in die normalen nicht getrübten Augen. Der schaut dich mit einem finsteren Blick an, der dann sehr schnell zu einem erschreckenden Blick wird und dann stürzt er nach vorne und zieht dich sofort an einem Schubs auf den Boden und Mora wird sich gewahr, dass von hinten zwei Zombies angegriffen haben, die sich nun in Bewegung gesetzt haben. Da waren in der Haupthalle einige Dutzend Zombies, die da standen. Einige davon haben dich in Bewegung gesetzt wollten nach dir greifen. Sie kommt gerade so auf dem Boden auf, ihr entfährt quasi der Hauch, den sie noch auf den Lippen getragen hat und rollt sich über den Boden ab und sieht wahrscheinlich gerade dazu, wie Astanio die beiden Zombies zu Boden streckt mit seinem Schwert und ist dann noch überraschter, als diese zu Boden fallen. Sie rappelt sich auf, greift an ihren Gürtel und zieht ihr Beil. Astanios ruft laut einen Fluch, der von den Wänden der Kapelle oder des Tempels wiederholt und sogar seinen Weg in die Katakomben nach unten führt, in die kurze Zeit vorher Osko und Jandrik die Treppen hinunter gestiegen waren und die dort in einer kleinen Krypta sich befinden und dort sich bewegen über eine Art Feld aus puren zerriebenen gebrochenen spitzen Knochenstücken die über den ganzen Boden verteilt sind ein steinerner Altar wie man in der Mitte des Raumes sehen kann mit allerlei Kerzen darauf die nicht angezündet sind es ist die sich dunkel der ganze Raum wird nur von einem Gwen Petrülstein beleuchtet einem Stein der von sich aus ein magisches Licht abgibt der an den Augenhöhlen sitzt einer Statuette die auf der anderen Seite der des Raumes sich an der Wand entstreckt eine große etwas androgyn wirkende Gestalt mit ausgebreiteten Armen langen schwarzen Haaren und halt ins Augen diese grünlich leuchtenden Gwen Petrülsteine und der Brustkorb geöffnet also keine Kleidung bedeckt diese den Brustkorb der Statue Man sieht durch dünne Hautfetzen die Rippen sich nach vorne drängen also die sich deutlich abzeichnen und wenn man jetzt genauer hinsieht sieht man dass die Rippenbögen und der Brustkorb dieser Gestalt eigentlich eine Tür bilden das heißt die Figur steht da mit ausgebreiteten Armen und man kann quasi sie durch den Brustkorb kann man sie betreten das ist der erste Eindruck den ihr den ihr habt und dann werdet ihr euch der Gestalt gewahr die innerhalb des dieses Raumes sich eben noch aufhält sich nun erhebt von einem kleinen Stuhl der hinter dem Altar stand aus Knochen gefertigt war und es läuft zumindest Jandrik kalt den Rücken herunter als er diese Gestalt sieht die sich da erhebt denn sie trägt das Ornat eines Boron Priesters das volle Ornat etwas zerrissen und zerklobt und mit Blut verkrustet an der einen oder anderen Stelle aber es ist das volle Ornat eines Boron Priesters vielleicht sogar eines Golgariten das kann man durch die Kapuze die diese Gestalt tief in den ins Gesicht gezogen trägt gar nicht so richtig sehen die Bewegungen sind langsam und ja bedächtig kein Ton dringt mehr von den vom Boden von diesen die ersten schritte waren noch das knarzen der knochen aber dann wurde es still obwohl die knochen sich deutlich spürbar sind unter den sohlen der stiefel und diese gestalt greift nach einem gegenstand der auf dem altar lag ein schwarzer im schimmerlicht des quenpetril steins sehr merkwürdig funkelnder Rabenschnabel und schlägt dann mit der anderen hand die einen panzerhandschuh trägt die kapuze zurück und jandrick erkennt einen jungen mann den erkennt der mit ihm die ausbildung gemacht hat damals der mit dir in der reihe stand als ihr geweiht werden solltet ein junger geweihter hier in alzoll er blickt dich mit stumpfen ausdruckslosen vielleicht hassverzerrten gesicht an wie heißt der der heißt moment Tarsonius 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 was bist du da noch bist du es ein leichtes stöhnen kommt aus dem mundwerk des der gestalt und du siehst als sie den den mund öffnet dass sie die kieferknochen etwas lose in der verankerung sitzen und es nun leichtes schaben gibt als dieses stöhnen über die lippen dringt du kanntest ihn zumindest die hölle ich weiß nicht ob er da noch drin ist ganz ehrlich aber ich habe keine Ahnung wie er hier her gekommen ist es ist mir nicht zu erklären und ich glaube wir haben nicht die Zeit dafür das raus zu finden ich möchte nein osko hat den mal gesehen im her lager hinter neugren wacht als ihr ja also in der in der zeit als ihr schon in den raben in der rabenmark tief eingedrungen wart und weiter im lager da hast du den auf jeden Fall mal gesehen gehabt und jetzt schiebt sich osko einen schritt nach vorne und man sieht dass sein blick starr gerade ausgeht und versucht nicht auf den boden dieses raums zu blicken ich habe ihn gesehen er war im herlager ja das wusste ich nicht ja aber wie er hinkam haben sie ihn dann führt ist er gefallen ist er ich 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 schau mir nochmal an sieht er noch lebendig aus das ist in diesem merkwürdigen schimmerlicht schwer zu sagen seine bewegung und dieses knarren und die herunterfallende kiefer lassen darauf schließen dass es irgendwas mit ihm nicht stimmt er ist dieses licht lässt einen noch bleich wirken und wenn du jetzt aber osko anschaust ja auch der sieht ziemlich bleich aus so oder so müssen wir in ihm vorbei ja uns bleibt nichts anderes übrig ich mache einen vorsichtigen schritt nach vorne das schwert bereit wir wollen keinen strahlt wir sind nicht wegen dir gekommen lasst uns vorbei die gestalt umrundet den altar auf der linken seite und lässt den rabenschnabel mit einigem geschick in der hand so drehen und schlägt ihn dann in die andere hand der lasst deine Waffe fallen ein Kampf ist nicht nötig ihr werdet sterben ja irgendwann geleitet Bohr und alle aber wir haben noch was zu erledigen ich bin hier das heißt doch bohren hier ich trete einen schritt auf ihn zu osko hält sich im hintergrund bleibt erst einmal im schatten von jandrick und würde sich den raum einmal genau anschauen wie breit ist der ist ungefähr von dem altar weg so vier schritt in jede richtung ungefähr ein bisschen kreisrund fast nicht ganz aber fast das heißt man hat ordentlich platz aber auch nicht zu viel ja osko zieht leise seine sichere von seinem gürtel das kleine messer was er eigentlich nur zum kraut und fleisch schneiden benutzt und hält sich im hintergrund beobachtet diese gestalt ganz genau und osko würde vor allem jetzt in dem moment darauf achten ob sich sein brustkorb hebt oder senkt oder ob das ein toter ist mit dem wir sprechen da senkt sich und hebt sich nichts aber ist auch schwer zu sagen weil es ist eine weite kutte die er trägt versuch genauer die gesichtszüge dieser kreatur zu erkennen und aber auch die bewegung einzuschätzen wie schnell er ist wie behände er ist wie gewand im ersten augenblick wirkt er auf dich ja unbeholfen und langsam aber die letzten bewegungen mit dem rabenschnabel waren dann wieder behände kann auch sein dass er mit dir spielt mit deinen erwartungen hier waren keine fackeln kein feuer nur die gewand petril steine es sind kerzen auf dem altar die sind aber aus was sei denn ihr habt fackeln mitgebracht dann habt ihr natürlich irgendwie ne wir hatten keine dabei das macht keinen sinn ist irgendwas auf dem Boden liegt da etwas herum knochen jede menge knochen dann schaue ich dass mein fuß unter einem dieser knochen gleitet ganz unauffällig wenn ich nah genug an ihm dran bin ich warte noch eine sekunde sicher bin dass mein fuß auch gut darunter ist und dann unvermittelt trete ich ihm den knochen entgegen und gleich versuche gleichzeitig seitlich anzugreifen machst den ersten den ersten schritt den kampf zu starten und in dem moment in dem du dann den diesen ausholenden schritt machst den versuchst zu umrunden und dann von der seite anzugreifen duckt er sich nach unten weg und dein erster angriff geht ins leere und er zieht etwas vom boden nach oben was er unter den knochen versteckt gehalten hatte oder so die knochen stücke schießen in verschiedene richtungen davon nach hinten zurück biege den körper rückwärts siehst jetzt dass er ein schild hoch gehirbt hat er hat jetzt in der einen hand das schild in der anderen hand den rahmen schnabel so wie es ein richtiger golgeriet hat ich lächle dabei als ich das sehe ich nur mit diesem schwert bewaffnet das ich immer benutze weil hier hinter den feindlichen linien der rabenschnabel zu auffällig wäre ich bin ihm entfremdet und der nachteil des schildes aber dieses langen rabenschnabes ist er ist nicht so flexibel nicht so schnell wie ich und so weiche ich auf die andere seite will mich über den altar rollen und um ihn von der anderen seite angreifen zu können das soll dir gelingen du rollst dich über die andere seite und attackierst ihn der rabenschnabel zuckt nach oben und pariert die klinge und so kommst du ihm näher und näher als er als er dich ein bisschen heran ruckt ich schaute euch so gegenseitig ins Gesicht du siehst jetzt in leere Augen ein leichter grauer schleier der sich vor die Augen gelegt hat und du siehst eine große schnittwunde die sich im kragen verborgen gehalten hat jemand hat ihm wohl die kehle durchgeschnitten schnittwunde was tut osko osko würde in der zwischenzeit wenn jan reck quasi sich von links nähern würde von der anderen seite sich ihm nähern da jan recks angriff deutlich wichtiger für den gegner zu parieren osko ihn einzukreisen und dann zu warten bis sich vielleicht eine kleine schöne wachstelle in der der verteidigung dieses kriegers öffnet und würde vor allen Dingen auf der seite bleiben in der er das schild trägt um so weit wie es geht von diesem rabenschnabel entfernt zu sein der gegner von jan reck ist jetzt in die gegenoffensive rüber gegangen und deckt jan reck mit einigen wuchtigen und schweren schlägen des rabenschnabels ein jan reck weicht den ersten schlägen aus einen weiteren muss reparieren und du merkst diese unbändige kraft die dahinter steckt das ist definitiv nicht menschlich was da auf dich eindrischt das so viel kraft hatte dieser dieser mann nicht auch wenn es einige zeit her ist seit du dich das letzte mal mit ihm in einem trainings kampf gemessen hast aber dein arm zuckt auch ob der verletzung die sowieso schon mit dir herum schlägst deutlich zur seite weg was dieser womit du den angriff halt blockierst aber deine flanke offen wird für einen schild schlag und osko sieht in diesem augenblick halt auch wie das schild sofort nachgezogen wird und der die golgeriten gestalt versucht mit dem schild jetzt nach land reand zu schlagen du bist ja auf der schild seite osko was machst so dann würde osko versuchen einen kurzen aber schnellen ausfall schritt nach vorne zu machen geht dabei etwas in die knie und holt dann mit seiner rechten hand aus und würde versuchen mit seiner sichel mit seiner sense das bein dieses krieger zu durchtrennen damit er einen strauchel gerät ja der scheint dich völlig zu ignorieren dieser krieger zieht das schild durch jandriks seite ist offen der stumpfe schlag der stumpfe wuchtige schlag des schildmetalls geht in jandriks seite und lässt ihn deutlich zu boden sinken dann trifft oskos sichelschnitt das bein und durchtrennst ihm die sehnen an einer expliziten stelle und natürlich sackt das knie zum ersten augenblick weg zur seite das ist jandriks glück denn in dem augenblick wollte er gerade den rabenschnabel wieder erheben um damit den angriff dann tödlich werden zu lassen gegen jandrik aber das passiert in diesem augenblick nicht weil osko seinen schnitt vollzogen hat und jandrik kann sich nun wieder wehren aber auch jandrik hat dazugelernt er hat mittlerweile begriffen wie man mit diesen monstern umgehen muss und so springt er schnell auf holt aus mit dem schwert er riskiert hier alles mit diesem einen schlag aber jetzt oder nie und er zielt auf den hals er muss ihm den kopf abtrennen aus dem konzept gebracht strauchelt die gestalt in etwas zur seite und jandrik nutzt es aus wuchtet sich zur seite weg zieht das schwert nach oben trifft den hals den verwundbaren hals seines gegners und treibt ihm das schwert bis zum schwer heft durch den hals durch ich drücke weiter zieh nochmal das schwert um den hals ganz durch zu trennen er zieht das schwert zur einen seite weg und der kopf knickt zur seite weg allerdings bewegt sich die gestalt weiter aus den anderen arm würde schauen was der schwert arm gerade tut der schwert arm mit dem rabenschnabel erhebt sich nun und damit hat janrik ja nicht gerechnet eine kopflose gestalt die nach ihm schlägt der rabenschnabel saust auf ihn herab im letzten augenblick kann er noch das schwert wieder nach oben ziehen und es mit einem stumpfen aufschlag die klinge von janriks schwert schneidet ihm selbst durch die wucht des schlages in die schulter ich taumel zurück geh auch zum Boden dabei nach dem wuchtigen schlag rollt der kopf nun endgültig von den schultern und osko vor die füße völlig entgeistert auf den noch immer stehenden kopflosen mann gibt es in diesem verdammten land überhaupt keine regeln die gelegenheit würde osko versuchen zu nutzen da sein gegenüber jetzt auch vor ihm kniet und der arm ja vorher noch erhoben wurde und würde osko den Moment nutzen versuchen zu nutzen indem der rahmschabe noch nicht neu ausgeholt hat und dann auf die schulter auf den oberarm zielen und erneut mit seinem stärkeren arm den rechten ausholen und gegen die schulter einen schlag setzen mit der sichel in der hoffnung auch den vielleicht abzutrennen und ihn tief trinkt die sichel in den arm in das fleisch ein es kommt kein blut hervor es spritzt nichts es macht nur ein flatschendes fleischiges Geräusch und osko treibt seine sichel tief in das fleisch des gegners der das anscheinend überhaupt nicht zu interessieren scheint wenn die sichel jetzt in dem fleisch steckt würde osko versuchen mit all seiner kraft die er irgendwie aufbringen kann an der sichel zu ziehen und sie aus dem fleisch wieder raus zu zerren in dem Moment ruckt die gestalt zur Seite und die sichel tief in das Fleisch hineingebohrt und osko versucht sie gerade das sichel raus zu ziehen in dem Moment ruckt der körper mit einem wuchtigen ruck zur Seite und jetzt kannst du entweder die sichel loslassen oder dich mit der sichel mit ziehen lassen weil du hast ja in den rücken oder in die Schulter gerammt und jetzt dreht er sich damit jetzt quasi rum wenn ich merke dass die Kraft die da drinsteckt so stark ist dass ich mitgezogen werden könnte würde osko die sichel die er vorhin schon mit beiden händen gepackt hat auch weiter greifen sich von mit dem mit ziehen lassen oder dass ich nicht in seiner vorne bin lässt dich mit ziehen und kommst so aus dem Gleichgewicht und man muss einige Kraft aufbringen um die sichel nicht los zu lassen allerdings hat die Gestalt dann jetzt von von dir erkenntnis genommen und versucht jetzt mit dem Rabenschnabel so hinter sich zu schlagen allerdings dadurch die wieder die Front öffnen für Jandrick der ja Jandrick will attackieren aber er muss erst verstehen gibt es irgendwas was dieses Wesen antreibt hat er irgendwas in sich nichts zu sehen wie gesagt die Golgariten robe bedeckt den meisten Teil des Körpers dann springt Jandrick vor und schneidet nun mit dem Schwert über die Brust auch in der Hoffnung die Golgariten robe zu öffnen und vielleicht zu sehen was dahinter ist ja du durchschneidest die mit gar nicht der Absicht ihn zu verletzen sondern eher die Kleidung zu zerstören durchschneidest mit Leichtigkeit die Roben darunter kommt ein Kettenhemd zum Vorschein ein etwas also ein Ketten Holster der nicht sonderlich gut in Schuss gehalten aussieht und sonst erkenne ich nichts nichts du erwartest irgendwelche magischen Steine oder irgendwelche Runen aber da ist einfach nichts völlig verzweifelt weiche ich nochmal aus was der mich nochmal angreift am Jun ist mein Ziel irgendwie vielleicht auf den Altar hochzukommen und dann von oben nochmal in den Rumpf reinzustechen in dem Moment als Osko zur Seite geruckt wird hört man von oben ein verdammt so ein Astanio was ihr deutlich unten auch hören könnt und Jandrik ruckt vom Altar herunter mit einem wuchtigen Sprung den das Schwert tief in den Körper des Golgariten versenkend ja jetzt hat der Sichel und Schwert im Oberkörper stecken und wuchtet halt die ganze Zeit mit euch jetzt rum kann sich aber jetzt auch gar nicht mehr richtig bewegen weil an der einen Ecke hängt Jandrik und Sied an ihm weiß gar nicht wo er zuerst hinschlagen soll du merkst auch schon den Widerstand des Kettenhemdes dass außen von innen zerschnitten bis nach außen keinerlei Blut keine große Reaktion du merkst aber allerdings dass die Bewegungen ungelenker werden und dann kommt wieder ein Schlag mit dem Schild oder ein Ruck nach einer Seite und ihr müsst wieder einige Kraft aufbringen um nicht zur Seite geschleudert zu werden aber das durchtrennen der Sehne hat geholfen oder was Oskar vorhin gemacht hat im ersten Augenblick schon im Moment steht er wieder ziemlich stabil ja dann wieder zurück wieder ausweichen nächste Strategie das Bein durchtrennen ich mit jedem Angriff den ich den ich durchbringe versuche ich immer auf dasselbe Bein zu schlagen um es irgendwie durch zu trennen den Kampf ein bisschen abkürzend die Gestalt kann sich nur noch sehr ungelenk bewegen und ist auch sehr ungerichtet scheint auch keine großartige Wahrnehmung mehr zu haben von dem wo ihr euch befindet das kriegt ihr sehr schnell mit und Jandrix Ziel dass die Beine zu durchtrennen funktioniert außerordentlich gut anscheinend hat der Gegner keine Ahnung dass du nach unten zielst und ja nach und nach mit zwei drei vier geschonken Schlägen allerdings auch mit ein paar ungezielten Gegenattacken die euch fast auch nur fast getroffen hätten kann Osku eben den einen Arm abtrennen wo er die Sichel drin gesteckt hatte und Jandrix das eine Bein und so ist der Körper jetzt auf einem Bein und mit einem Arm nicht mehr richtig im Gleichgewicht zu halten und kippt nach vorne über rollt sich dann über den Boden und versucht immer noch mit dem Schild den Rabenschnabel Arm hat der Ausgur abgetrennt nach euch irgendwie zu schlagen Osku ist keine große Bedrohung mehr weil ja auch ein kleines Rinnsel am Lut wird Osku von der vom Kopf herunter rennen da ihn in der Rahmschnabel wahrscheinlich irgendwo gestriffen hat ja was war das für ein Ding ich dachte wenn man den Kopf abschlägt dann wird kaputt bei den meisten geringeren war das so wie geht es dir verletzt alles gut und Osku fasst sich kurz an seinen Kopf so ein kleiner kratzer da lang oder ja ja ich glaube da lang und Osku wo der sich ein wenig fassen muss würde dann bevor wir dann durch diese Pforte laufen sich einmal den Altar anschauen da sind nur Kerzen drauf hast du gesagt ja ja und du entdeckst jetzt noch eine kleine Schublade die sich auf der euch abgewandten Seite eben befunden hat die leicht geöffnet ist und wo sich ein kleines Büchlein drin befindet eine eine finstere Anrufung der dunklen Mutter ein Ritual Beschreibung für die das für die absolute Demütigung ihres Widersachers Boron ein Ritual mit dem man diesen Boden weit der dunklen Mutter für immer einher geht und dafür ist im Ritual das ultimative Opfer gefordert das Blut und die Seele dessen eines Dieners von Boron eines Golgariten der dann für immer im Untod ihre Hallen schützen muss der absolute Frevel der Osko zieht diese Schublade aus und schlägt das Buch kurz auf lässt den Kopf immer kurz hängen und reißt dann ein paar der Seiten einfach da raus Jandrick nimmt das vage wahr schaut kurz auf aber er ist selbst mit was anderem beschäftigt in diesem Moment denn er kniet neben dem Leichnam des einst der immer noch zuckt und sich bewegt aber nicht mehr sich wehren kann und er kniet daneben dran und schaut den einstigen Kameraden an und da spricht er ein paar Worte Signungen Bohrons für dieses ja für den Toten der hier schon lange nicht mehr anwesend ist dann irgendwann ruckt er auf und schaut zu Osko was was hast du ich weiß was mir passiert ist und was der größte Frevel den man sich als Anhänger Bohrons vorstellen können ja es tut mir leid und dein Freund aber kann man es beenden kannst du es beenden ausgeschüttelt den Kopf dafür nicht dafür reicht meine Kraft nicht nein vielleicht können wir uns können wir hoffen dass wir es beenden können wenn der Stein vernichtet wurde aber ich kann dagegen nichts tun wir müssen ihn hier lassen kommt gehen wir weiter schnell oben noch ein letzter Blick dann geht er los oben an der Treppe wird es bald deutlich dass die Überzahl der Untoten ziemlich heftig ist und da ihr ja beide ziemlich eingeschränkt seid vom letzten Kampf Mora Nastanjo bleibt euch nur zwei Möglichkeiten entweder ihr flieht durch die Nebentür durch die Jandrick und Osko eingedrungen sind nach oben könntet ihr auch fliehen aber dann seid ihr da oben irgendwie naja was wollt ihr da oben machen dann oder ihr geht auch nach unten wo ihr Osko und Jandrick vermutet wird dann aber ähnlich in der Falle wie wenn ihr nach oben flieht Mora bleibt kurz stehen neben der Nebentür durch die die beiden reingekommen sind blickt dann aber die Treppe runter und spürt im Nacken schon die Untoten die quasi ihnen entgegenkommen okay alter Mann oder nicht mehr alter Mann Nastanjo wütet gerade mit einem Schlag hat er gerade wieder einen Zombie den Kopf abgetrennt letzte Chance abzuhauen dafür sind wir nicht hier alles klar und sie steht quasi schon auf der ersten Treppenstufe nach unten dann komm treu dich und sie stürzt die also sie hechtet die Treppe hinab Astanjo zieht eine eine Holzbank mit mit sich hinter mit sich verbarrikadiert damit den Abgang und dann hörst du nur ein Ignifaxius und ein Flammenstrahl schießt durch den durch das Holz der Bank an einen der Zombies die angreifen und ein Feuer wird entfacht hinter euch so dann dreht er sich um hinter ihm die Flammen die am Hochzüngeln sind lass uns gehen ein etwas wirren Blick im Gesicht ja aber ich glaube alles ist im Moment wirr und Adrenalin geschwängert und Mora hechtet die Treppe hinunter und hofft dass ihre Kameraden die sie unten antreffen wird noch wohlbehalten sind in dem Augenblick als Osco diese merkwürdige Brustkorbtür begutachtet eine Klinke aus stilisiertem Knochen findet und sie herunterdrückt und die Tür einen spaltweit knarzend öffnet den Brustkorb dieser dieser Statue öffnet und etwas Nebel daraus hervordringt stolpert irgendetwas hinter euch in den Raum und Mora und Astagio bietet sich der der blickt wie Osco gerade vor dieser Statue steht Jandrick etwas daneben jetzt mit dem Kopf zu euch herumruckend wahrscheinlich beide und dann auf dem Boden diese sich immer noch bewegenden Körperteile die über die Knochen rollen und kriechen also der eine Arm der mit den Fingern sich langsam über die Knochen zieht der Kopf der immer noch mit den Augen rollt das Bein was zuckt was habt ihr hier angestellt komplett schreck geweitet Startoske in die andere Seite des Raums und euch geht es gut was was so weit und Mora tropft tatsächlich noch von der Stirn vom Haaransatz etwas Blut auf die Wange und vielleicht zu deinem Ärger beachtet er sich gar nicht wiegt gar nicht dass du verletzt bist sondern starrt nur völlig entgeistert Astanio an was der hat gerade gar keinen richtigen Blick sondern zieht die Tür die ihr getreten seid in den Raum zu schaut sich das Schloss an und legt seine Hand über das Schloss und meint vor Armen man sieht kurz seine Augen aufglühen dann dreht er sich energisch zu euch um Osko wischt sich über die Augen Astanio was was ist passiert verdammt nochmal die ist tot diese Hexe ja der Flug ist gebrochen und jetzt erst wandert sein Blick zu Mora und er sieht ihre Verletzung und ist mit zwei Schritten da geht's dir gut ja ich bin okay und sie geistes also verloren wischte sich über die Wange und verschmiert mit das Blut nur noch mehr was ihr so langsam ins Gesicht tropft wir haben ein bisschen was abbekommen aber es ist halb so wild Astanio hat einen sauberen Lappen den er aus der Robe zieht aus den Gewand Wändern zieht und tupft hier ein bisschen die Wunde ab haben keine oder Asko mach dir da mal keine Sorgen und sie nimmt tatsächlich die Hand mit diesem Taschentuch und drückt sie ein wenig runter dafür haben wir jetzt keine Zeit es sind dutzende Untote auf dem Weg nach unten wir müssen hier irgendwie raus oder weiter oder was auch immer es gibt keinen Weg zurück der einzige Weg geht nach vorne kommt auf einen wo sitzt sie nimmt tatsächlich Jandreks Hand und gemeinsam schreitet sie nach vorne ja Drek geht mit ihr und Oslo geht dann voran durch diese Knochentür in die absolute Schwärze oder ne dahinter es ist dunkel so dunkel dass man die Hand vor Augen nicht sehen kann ähnlich wie diese Dunkelheit durch die ihr den Tempel betreten habt Stab was ist damit wir uns nicht verlieren haltet euch einander fest wir müssen eine Kette bilden ja gut ihr bildet eine eine Kette haltet euch gegenseitig an den an den Händen und könnt euch auch ansehen und für euch alle geschehen an zu ungefähr gleichzeitig verschiedene Sachen Mora blickt sich um und immer wieder scheinen die Umrisse deiner Gefährten eine gewisse Unschärfe zu bekommen als sie diese Dunkelheit betreten habt irgendwie schimmern sie werden durchsichtig als wären es nur Geister eine Halluzination und hast du den Eindruck dass die Hand die dich hält durchlässig wird und keine Substanz mehr hat Jandrick aber Jandrick hört dich gar nicht Jandrick hört undeutliche Klänge zuerst dieses ja dieses erste Jandrick konnte er vernehmen aber war das Mora die gesprochen hat dann nein diese Stimme war deutlich maskuliner dann dringt eine weitere und noch eine weitere Stimme von rechts von links von oben von unten überall vernimmt Jandrick Stimmen und erkennt sie die Stimmen seiner Eltern die Stimmen von Gefallenen die er kannte von dem Mädchen aus dem Dorf das er getroffen hat als er das erste Mal in die Ostraben Mark gegangen ist die Stimmen der Kinder die jetzt zurückgelassen habt die Stimme der alten Frau wo ihr Elenas Tochter gelassen habt die Stimme des Seelensammlers und die Stimme eines bekannten Freundes und Mentors Hallo Überall reden sie auf dich ein jeder will etwas anderes von dir Halt auf sie erzählen dir Geschichten und sie flehen um Hilfe oder sie sagen dass du alles gut machst und dass alles gut wird sie reden alle schwere und wirre durcheinander Halt auf nicht alle auf einmal Osco sieht wie sich plötzlich seine Kameraden komisch verhalten du siehst wie die Hand von ähm von Moritz zurückzuckt wie er ein Wort über die Lippen schießt ein flehendes Wort an Jandrick wie sie dann eine flehentliche eine merkwürdige Gesichtsausdruck bekommt ein angstgeweitetes Gesicht dann siehst du auf Astanio wie er eben noch voller Inbrunst und voller Tatendrang nach vorne geblickt hat in deine Richtung und dann die Augen milchig trüb werden und seine Züge sich irgendwie versteinern und das allererste Mal das wirklich allererste Mal siehst du Panik in seinem Gesicht wirkliche ehrliche Panik und Jandrick zuckt in alle möglichen Richtungen hält sich die Hände an die Ohren Mora losgelassen und schreit irgendetwas was du nicht hören kannst Osko würde versuchen die Hand von Mora wieder zu greifen zu kriegen wenn sie sich mal im Griff entzogen hat dann dann greift du greifst nach Mora und greifst ins Leere und siehst ihre Gestalt vor deinen Augen verschwimmen schreit greifst ins nichts und Moras Silhouette stiebt auseinander wie ein wie ein Hauch von Wolke das letzte was du siehst ist Moras Panik in den Augen und ein schmerzverzerrter Schrei der an deine Ohren dringt von irgendwo nur nicht aus der Richtung wo du gerade die Wolke auseinander stieben seht Osko zuckt zusammen Panik macht sie in seinen Augen breit Jandrek Astanio Mora in dem Moment läuft Astanio nach vorne auf dich zu mit dem gezückten Schwert in deine Richtung Osko macht einen großen Schritt zur Seite versucht seinem Schwert zu bekommen Astanio ich bin's ist die Schwertklinge rot erhoben ein Konterschlag Osko ist nicht ausgebildet im Kampf Astanio ist ein Soldat die Schwertklinge vollführt genau die gleiche Bewegung die du als Ausweichbewegung gemacht hast und durchbohrt deinen Brustkorb du schaust an dir herunter siehst in das hassverzerrte Gesicht von Astanio und in dem Moment löst er sich vor dir in Luft auf und der Schmerz bleibt aber du hast keine Wunde aber der Schmerz breitet sich aus und dann blickst du auf Jandrik der sich von dir abgewandt hat irgendwo in eine völlig andere Richtung läuft von dem mir anscheinend überhaupt nichts mitbekommen zu haben scheint der dann vor deinen Augen zusammen bricht die Ohren immer noch zugehalten mit den mit den Händen Osco schleppt sich nach vorne sein Körper krampft auf des Schmerzes in seiner Brust und auch so mehr auf allen vieren nähert sich langsame jandrick jandrick und greift ihnen dann in der schulter irgendwo jandrick irgendwo zwischen all den stimmen die du hörst alle auf einmal die dich anschreien anflehen anwimmern irgendwo dazwischen ist eine stimme von osko kann jandrick sich darauf konzentrieren und wenn ja wie schafft er das das sind so viele stimmen all diese stimmen von den anderen von von jenen von seinen freunden von seinen eltern von seinem mentor von soldaten von dem den er gerade getötet hat ich alle überall aber er muss sich konzentrieren er hat keine wahl er muss funktionieren dafür ist er hier er muss ja er versucht zwischen all diesem chaos zwischen all diesem geschrei diesen greiche diesen flehen diesen wollen diesen verlangen diesen anforderungen diese eine diese sanfte fast monotone fast ja diese langweilige stimme herauszuhören dieses langweiligen kochs nur er kann ihm jetzt helfen nur er nur er die langweilige stimme des langweiligen kochs sie kommt von hinter dir jandrick osko schleppt sich einen schritt weiter vor und würde dann so nah wie es geht sich kopf an kopf mit jandrick jandrick silhouette ist durchscheinend aber er sie ist noch da dann ruckt er zu dir herum jandrick sieht osko nicht du siehst nichts da ist keiner es ist nur schwärze aber daher leuchtet es leuchtet irgendetwas in der dunkelheit es leuchtet etwas auf ist wie eine flamme eine kleine minimal vielleicht ein finger große flamme in der dunkelheit osko jandrick sag was ich bin hier ich bin hier jandrick hab dich hilfe jandrick sei still ist tanius stimme von der seite ich konzentriere mich an den moras flehen lauch und zwiebeln lauch und dann greife ich zu jandricks hand umschließt diese kleine flamme vor sich und sie ist unglaublich heiß und in diesem augenblick sieht osko wie jandricks durchscheinende hände nach ihm greifen ihm am schlawittchen packen und den anhänger den du in dem kleinen beutel in deiner tasche verstockt hattest durch deine klamotten anfasst und fest in einem dicken griff hält es ist heiß jandrick es ist heiß es ist heiß natürlich ist es heiß der koch er kocht wieder irgendwas natürlich ist es heiß aber das heißt ich bin nah dran ich zieh ihn an mich osko du wirst geschüttelt mit jedem schütteln gewinnt jandrick mehr kontur vor dir der schmerz in deiner brust durch das schwert von astanio sich gebohrt hat wird schwerer und du spürst durch die durch die klamotten diese wärme deines talismans den jandrick umschlossen hat und jandrick wird mit der einem weiteren energischen verdammt du kochst zu gut völlig sichtbar die stimmen sind mit einem mal weg jandrick du siehst osko vor dir mit einem schmerzverzerrten gesicht blutspuckend tschuldigung osko alles okay osko sagt auf alle viere osko alles in ordnung ich gehe neben ihm äh pack ihn an den schultern versuche ihn aufzurichten der schmerz osko der schmerz du kannst kaum noch atmen er muss deine lunge durchbohrt haben osko es ist alles okay ich schaue ist er verletzt keine wunde osko du hast nichts du hast nichts du bist unverwundet es ist irgendeine illusion irgendeine zauberei konzentrier dich auf mich ja osko versucht osko versucht jandricks blickstand zu halten aber der schmerz lässt ihn immer wieder unkontrolliert in die eine oder andere richtung zucken und dann spürt er die wärme vor sich und versucht mit seiner anderen hand irgendwo an seine brust zu fassen herrin bitte jandrick hört noch herrin bitte herrin und merkt dass osko anfangen möchte ein stoßgebet an der reine zu schicken aber dann kommt nur ein schwall blut und die worte versacken osko während er unter deinem in deinen armen erschlafft osko mit letzter Kraft würde osko versuchen seinen talisman zu greifen den hat jandrick ja umklammert ja dann greife ich um jandricks hand das merke lasse ich los drück ihm den talisman in die hand und jetzt spreche ich selbst ein gebet an perreine ich kann nur ein paar und ich benutze sie selten aber natürlich kenne ich ein paar und ich spreche ein einfaches ich spreche es laut in die und in oskos ohr hinein die worte kommen von so unendlich weit weg osko so ist dich der schwärze schon fast hingegeben das ist mit dem leben abgeschlossen nun soll es hier jetzt halt zu ende sein am festmaltisch der perreine wirst du sicher einen platz finden und schon riechst du die blüten einer saftigen wiese im frühling siehst ein licht schimmern irgendwo in der dunkelheit und dann hörst du die worte die du so gut kennst das perreine unser von jandrick jandricks stimme ernst gemeinte innige gebetsworte und du spürst die wärme des talismans auf deiner haut schlägst die augen auf und bist in der dunkelheit das ist das panikversetzte gesicht von jandrick vor dir das flehende gesicht was gerade die letzten worte das so sei es spricht so sei es und der schmerz ist weg osko zockt nach oben jandrick und osko greift zitternd nach deinen schultern alles gut alles gut das ist irgendeine Hexerei und jetzt aber die anderen genau russ mit jandrick herum wo ist mora mora könnt ihr gerade nicht sehen mora ist mit ihr ganz mit ganz anderen dingen beschäftigt moras ganzer körper kribbelt von allen seiten du siehst wie deine gefährten um dich herum konturen verloren haben du hast gesehen wie astanio mit dem schwert osko niedergestreckt hat du siehst vor deinen augen wie jandrick auf den boden sackt seinen dolch aus dem aus dem umhang kramt und sich selbst an die kehle hält und in deine richtung schaut und sagt für dich und sich selbst die kehle durchschneidet und sie stürzt ihm entgegen stolpert mir fällt fast auf ihn versucht ihn davon abzuhalten zu packen und in diesem augenblick aus der schwärze aus der finsternis nichts hat darauf hingedeutet sieht jandrick gerade noch einen kurzen schemen einen hauch einer gestalt und mora drückt sich an deinen drückt dich gerade mit bester kraft auf den boden und nimmt kontur an ist aber durchscheint panik in ihrem gesicht und sie versucht diesen dolch zu packen seine hand fest zu umfassen ihn davon abzuhalten ihn an seine eigene kehle zu drücken neben dir eine gestalt entschütze wärme moras kopf ruckt zur seite sie sieht das flammenschwert von astanio das lachende gesicht ihr ist es vorbei hexe astanio und sie versucht sich wegzurollen vor diesem flammenschwert und wenn es nötig ist lässt du sie wegrollen seh ich seh ich astanio nein das einzige was du siehst ist eine durchscheinende mora pack ich sie umarme sie und zieh sie an mich mora irgendetwas hält dich davon ab dich zur seite zu drehen du siehst in jandriks gesicht den du gerade vom selbstmord gerettet hast er hält dich in den armen wie ein schraubstock du hörst seine wort du hörst die worte töte sie astanio töte sie nein und ich versuche trotz alledem was ich höre jandrik mitzureißen und von astanio wegzukommen das ist hexerei bleib ruhig bleib ruhig sie wird panisch sie zappelt sie packt dich sie reißt dich mit wie eine wie eine katze die quasi konzentrier dich auf mich dann hörst du das brutzeln und das und hörst sie hörst dieses und riechst vor allen Dingen das verbrannte Fleisch als das Flammenschwert sich an deine Stirn drückt ach du hörst nicht schon wieder nein und dieses dieses diese diese Flammen und dieser Geruch von verbranntem Fleisch lässt alles wieder aufflammen alles was aus ihrer Kindheit die Schreie der Dörfler nein nein du bist schuld Hexe hast du astanio rufen du hast sie alle verbrannt und sie sie windet sich vor Schmerz sie sie weiß sie ist nicht mehr Herr ihrer Sinne sie schlägt um sich was tut Osko ja Osko wenn er das sieht versucht von von allen Vieren schnell aufzustehen in Richtung Morat zu rennen schmeißt sich dabei halb auf den Boden wird sie irgendwie zu zu greifen und hat in der Hand dabei die Schnur mit dem Medaillon oder mit dem Amulett und hält das nah an ihren Hals an ihrer Brust und spricht dabei Morat würde einfach aus Reflex schon in ihre ihr Mida gepackt haben und ein Dolch gezogen haben es geht um ihr Leben und sie sie kratzt und beißt und sticht Osko er versucht um den Arm der gerade den Dolch gezogen hat seinen zu seinen zu winden sodass der wenig Bewährungsfreiheit hat auf dem Boden die Beine um Morat zu schlagen und dabei ziemlich bemüht die richtigen Worte zu finden im Namen eines treibe ich dich aus und unheiliges gezücht und probiert dabei die Seelenwaschung die große Seelenwaschung auf der anderen Seite es ist Osko dir der dich mit Hass verzerrtem Gesicht anschaut wurde er nicht eben von Asthanio getötet warum steht er nun auf einmal neben dir was was nein oh nein er ruft dir unheiliges gezücht entgegen ist das ein Geist ist das dein Dämon ja sie ich glaube in Panik würde sie nicht nicht sehen dass es der lebende Osko ist vielleicht denkt sie sie rechnet mit allem es könnte ein Untoter sein und sie versucht sich loszureißen von allen und Distanz zwischen sich und die anderen zu bringen aber Jandrik hält dich eher einen Schraubstock fest Jandrik lässt nicht los egal was passiert und wenn sie ihn mit dem Dolch ersticht er wird nicht loslassen da ist kein Dolch Jandrik sie zappelt und sie ja sie in ihren Augen hat sie diesen hat sie diesen Dolch und rammst du ihn dann Jandrik entgegen um weise frei zu kommen sie wird tatsächlich um sich stechen und versuchen ihm quasi in die Schulter zu stechen in den Augen dann empfindest du dass der Griff sich löst die Gestalten verschwimmen vor deinen Augen nur Jandrik bleibt über den Dolch im Hals steckend blutend auf dem Boden vor dir liegend nein 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 das 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 Rucken hört auf Jandrik wo ist nur das nein 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 Jandrik erinnert sich an seine eigene Vision dieses Reden diese Geräusche alle haben eingesprochen ein anderer Sinn eine andere Wahrnehmung Oscos Stimme und dann dieser Zwiebelgeruch hat ihm geholfen es muss ein anderer Sinnes Eindruck her er muss sie irgendwie rausholen und das Einzige was ihm einfällt ist natürlich dass er sie küsst und sie ist ihm so oder so schon nah weil in dem Moment denkt sie sie greift nach dem Dolch will ihm diesen Dolch aus dem Hals ziehen sie denkt sie hat ihn umgebracht sie ist aufgelöst jede jede Spannung weicht aus ihrem Körper und sie sie sieht das Blut auf ihren Händen und sie wehrt sich nicht sanfter Kuss der Versuch diese Haptik ihr durch die Lippen zu zeigen dass da etwas anderes ist hinter der Illusion noch etwas anderes ist dass die Hand streichelt durch ihr Haar ihre seine Lippen benetzen ihre Wange ihre Nase ihren Mund hör auf ich wollte das nicht ich bin hier irgendwoher kommt die Stimme von Jandrick ist das eine eine Wahnvorstellung ist sein Geist noch hier weißt du es ist dunkel hier und du fühlst innerlich Wärme Wärme und Frieden langsam fühlt sie in ihren Körper und versucht sich nur darauf zu konzentrieren und auf diese Stimme die langsam zu ihr flüstert da ist dieses Gefühl auf deinen Lippen du schmeckst Jandrick bist du hier ich bin und sie ich bin immer darauf zu konzentrieren hörst seine Stimme wie sie zu dir spricht lass dich niemals im Stich fühle mich ich bin bei dir die Illusion sie greift nach vorne sie greift nach vorne da wo er eigentlich gerade vor ihren Augen gestorben ist und versucht einfach zu zu fühlen versucht ihn einfach zu fühlen dann fühlst du eine Umarmung eine innige Umarmung das Streicheln einer Hand durch die Haare die Wunde an der Stirn tut gar nicht mehr weh dieses verbrannte der Geruch des Verbrannten geht zurück du riechst riechst die Kleidung von Jandrick und du hörst seine wohlige ruhige Stimme alles wird gut zusammen schaffen wir das alles wird gut Mora komm zu mir öffnest du die Augen hörst die Stimme schmeckst und riechst Jandrick siehst ihn aber nicht mehr vor dir nur Schwärze und irgendwo eine kleine Flamme vielleicht Finger groß und sie greift danach als könnte sie diese Flamme in die Hand nehmen sie greift danach über Jandricks Schulter hinweg greift Mora nach Oskos Talisman der gerade in beschwörendem Rahmen herunterbaumeln lässt wenn Osko sieht dass Mora ihre Hand danach ausstreckt nehme ich die Hand und lasse sie das Amulett umschließen im ersten Augenblick ist es heiß und unglaublich schmerzhaft und dann öffnest du die Augen und siehst die Realität du siehst Osko und Jandrick und sie fällt direkt Jandrick um die in die Arme und überdeckt sein Gesicht mit Küssen und sie weint sie weint alles gut alles gut meine Liebe du bist wieder da und im gleichen Augenblick hört ihr ein Beenden oh nein Osko lässt keinen Moment verstreichen dreht sich zu dem Geräusch um Astadio in dem Augenblick weicht die Dunkelheit weg ist einfach weg und ihr steht in einem Raum in einem kahl geschlagenen Raum Steinern mit vielen verschiedenen Nischen und einigen Schrifttafeln auf die man mit Kreide Zeichnungen gemalt hat Regale mit unzähligen Schriften Tische Sekretäre Truhen alles mögliche vollgestopft ist dieser kahle Raum und in der Mitte steht Jandrick erhoben mit dem Schwert und Stab mit einem Schimmer um sich tragend nun auf den Boden sinkend auf die Knie gehend und wieder erblindet verdammt verdammt dich Astadio alles weg Astadio Jandrick Mora Astadio bist du hier Astadio es ist nicht richtig es ist es ist nicht real nichts ist real es ist alles eine Illusion hörst du uns ja ich weiß ich weiß ich hab's ich hab versucht sie zu beenden ihr dürft euch nicht hingeben wo seid ihr wir sind da wir haben uns selbst befreit wir haben einander ich kann euch nicht sehen ja verdammte Dunkelheit und nimmt legt ihre Hand auf seine Schulter du bist wieder blind mein Freund er zuckt zuerst zurück und sie nimmt sie nimmt seine Hand und kniet sich zu ihm und schaut ihm in die Augen und sieht nur diese milchige Trübung hat er so viel gezaubert anscheinend und sie blickt sich ein wenig durch den Raum um vielleicht war er es der diese Dunkelheit vertrieben hat vielleicht gut gemacht hast Tanjo und Oscars Hand greift ein wenig zu seinem Hals zu seiner Wange und klopft ihm ein wenig gut gemacht wo bist du das ja ich hab Spinsen wir sind alle hier es geht uns gut es ist geschafft Asko du musst ihn führen du bleibst hinter uns das mach ich komm dann schaut sich Jandrick um ich spüre hier keine magische Kraft irgendwas irgendwas zieht die Kraft ab wahrscheinlich dieser verdammte Splitter wer weiß wer weiß das schon Jandrick schaut sich um gibt es hier einen weiteren Weg oder etwas wohin man hingehen kann ein klares Ziel der Raum der Raum ist wie gesagt steinern und voll gestopft mit allerlei Tant es gibt eine weitere Tür und die ist ziemlich einfach gehalten aus Brettern vielleicht sogar schon ein bisschen schief in der Tür hängend da scheint es lang zu gehen ich geh vor aber bevor wir schauen was hinter der Tür ist sehen wir Elena über die Straßen gehen wie sieht Elena aus wenn sie Richtung Stadttor marschiert sie hat ihr sie hat neuen Mut gefasst geht gerade und sammelt so schadet so nach und nach die Leute hinter sich das Schwert wo sind wir sie denselben hat sie schon gezogen es ist einfach viele Wachen waren hier eher nicht unterwegs und besser man ist vorbereitet ja ihre Haltung ist aufrecht sie hofft dass ihr Gebet etwas genützt hat nach und nach schließen sich deinem Marsch die bekannten Kämpfergesichter an und noch einige andere die du noch nicht gesehen hast alle Altersgruppen Kreise alte Männer und Frauen Junge voll in Kraft und Saft stehende Menschen aber auch Junge die vielleicht noch in keinem Kampf teilnehmen sollten mit viel zu kleinen Waffen und vielleicht sogar einem Holzschwert bewaffnet aber mit entschlossenem Ausdruck in dem Gesicht wie alt sind diese Gestalten wahrscheinlich noch nicht alle Altersklassen alle Altersklassen Elena als sie die Kinder sieht denkt sich so er atmet schwer und hält den Zug tatsächlich mal an schaut in die Menge ich finde es gut dass ihr so zahlreich erschienen seid ich hätte nicht mit dieser Menge gerechnet und ich bewundere euren Mut auch den von euch und die Elena schaut zu den Kindern die mit Holzschwerten sind aber aber es ist nicht die Zeit für euch zu kämpfen noch nicht sie schaut zu den Kindern bitte seid so gut und ihr wisst wo das Haus von Valrans ist sie schaut die Kinder jetzt nun an ein Nick geht dorthin und wartet auf uns ihr seid die Zukunft dieser Stadt wir können euch nicht verlieren es ist wisst ich habe eine Tochter und ich würde es nicht verkraften sie zu verlieren es ist ja bitte geht ich schaue mir auch suche mir auch einen der vielleicht nicht mehr außer als Moras Vater der nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist wenn er jetzt mitgekommen ist frage sie fragt an eine Person seid ihr so gut könnt ihr die Kinder begleiten bitte ich möchte nicht dass ihnen etwas passiert ich würde es mir nicht verzeihen bitte führt sie zu Valrans Haus oder in ein anderes Haus wo sie sicher sind und ja einfach nur ein stummes nicken erntest du und schon halbiert sich die Schar der Kämpfer weil nicht nur die Kinder gehen sondern einige mit dem Kopf schütteln und ebenfalls in den Gassen verschwinden jetzt wartet doch rufe ich den den Erwachsenen zu bitte das sind doch zum Teil eure Kinder sie gefreit die Stadt mit mir für sie für ein besseres Leben für die Kinder und sie eine Kindheit haben können wie wir sie hatten in einem schönen Land einige vereinzelte kommen zurück drehen noch einmal um die größte der Großteil jedoch lässt sich nicht beirren und folgt ihrem ersten Impuls und so hat sich die Schar etwas verkleinert Moras Vater tritt an Elenas an Elenas Seite es gibt keine richtigen Worte in diesem Augenblick ich weiß naja wenigstens haben wir noch drei, vier wieder zu gerückt gewonnen mit Feig kriegst du hier niemanden Feigheit ist überlebenswert Lebensinstinkt hier ich weiß es ist da dein Impuls naja wir werden sehen was sie davon haben vielleicht überleben sie vielleicht nicht nun lasst uns weitergehen Elena schreitet wieder schnellen Schrittes voran dreht sich zu den Leuten um seht ihr wir haben die Streiterin Rondras an unserer Seite wie sie ist sich so sicher dass die Herren ihre Schwert führt dass wir auf die Kämpfer verzichten können auf jeden der es noch nicht verdient hat zu kämpfen wer kann schließt sich uns an aber nicht um jeden Preis das ist der Weg den die Zukunft für uns bereithält nicht alle müssen sterben Elena bleibt nochmal stehen und nickt ja deswegen habe ich gesagt die Kinder sollen gehen ich würde es nicht verkraften ich habe zu viele leiden sehen kommt bei Vex und bei Hesinde du bist einfach Kriegerin und keine Rednerin ja ich habe die Karte führen wie gut dass du mich an deiner Seite hast ja dafür bin ich dankbar aber wie ihr steckt zu viel ein dann wird Mori mir das nicht verzeihen verzeiht mir die bitte haltet euch im Hintergrund ich bin meines eigenes Schicksals Schmied und ich glaube Mora weiß das auch sie würde mir trotzdem nicht verzeihen und euch auch nicht ihr habt etwas was ein Tempel was euch lieb ist sie hat etwas hier draußen was ihr lieb ist grüßt sie schön von mir falls ich das nicht mal schaffe und er grinst ich knuff ihn wir sehen uns ich habe hier noch was ich weiß es ist unherrnhaft vielleicht aber ich dachte mir ohne Schild ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben Schild ist nicht unbedingt unherrnhaft ich habe tatsächlich gelernt mit dem Schild zu kämpfen na na Helena nimmt das Schild ja hat ein gutes Gewicht nicht zu schwer nicht zu leicht danke das Schild einer Drachen eines Drachengardisten das ist mir egal es macht vielleicht wenn ich mit dem Mob ankomme vielleicht nicht so ganz die Tarnung aber wollte auch den Helm mitnehmen aber der hat es leider etwas zerbeult fast schon reicht für den Anfang na dann los lassen uns ein paar Dämonen Beschwörer töten ja erst mal einen und dann hoffentlich noch den anderen ja so führt Elena einen kleinen Kämpfer Trupp von Städtern gegen die Tore und natürlich gibt es dort Wachen und Wachpersonal die sich euch entgegenstellen ein bisschen amüsiert ob der ungerüsteten Menge aber einige die schon ernsten Ausdruck im Gesicht haben halt was soll das hier ich würde gerne den Meister sprechen der dieses Tor hier bewacht das bin ich gut Lust auf ein kleines Tänzchen vielleicht wenn meine Wache vorbei ist schaut sie an dir hoch und runter und ich trage die Waffen umsonst und Elena geht zum Angriff über völlig unverbereitet zieht sie im einmal so schräg von oben nach unten in die Schwachstille wenn er Rüstung trägt vom Hals das hat er nicht kommen sehen und das ist tatsächlich dann auch das erste Opfer was Elena zu beklagen hat was die Drachengarde zu beklagen hat und was Elena fordert schnell erschallen die Signalhörner ob des Angriffs und deine Gefährten gehen ebenfalls zum Angriff über werfen Fackeln auf die Häuser auf die Wachhäuser zünden sie an treiben ihre Mistgabeln nach vorne und die Dreschlegel in der Hand schwingend es bricht ein großes Durcheinander aus sagen wir es mal so wie sie versucht es auszumachen wo vielleicht dieser Magier sein könnte und kämpft sich dann in die Richtung durch geschickt mit dem Schwert und mit dem Säbel und dem Schild einsetzend von allen Seiten wirst du angegriffen rechts und links angreifend immer wieder parierend ob deiner deiner Stärke du merkst dass die Soldaten hier zwar trainiert sind aber weitaus nicht deine Kampffähigkeiten besitzen das merke ich weil Elena ist jetzt auch so weit dass sie halt wirklich in das Schema der alte Amazone wieder hochkommt die Muskelerinnerungen und es ist ein Tanz ein wahrlicher Tanz der den sie da vollführt gegen die Gegner vielleicht steckt sie auch den einen anderen Hieb dabei ein aber mehr als ein Soldat ist überrascht was in dieser Frau steckt und mit welchem Geschick sie sich aus scheinbar unausweiligen Situationen doch herauswendet und ihre Gegner niederstreckt oder schwer verletzt Elena verliert irgendwann im Kampf den Überblick über ihre Verbündeten du hast nur noch Konzentration für deinen eigenen Kampf es sieht vielleicht für den der von außen zugocken würde wirklich aus wie ein wie ein Schwert Tanz eher als wie eine handfeste Auseinandersetzung Elena flügt durch die Gegner rein nicht ohne einstecken zu müssen ganz und gar nicht aber irgendetwas in Elena lässt sie ihre Wunden die geschlagen werden ignorieren und sie sind auch nicht so so lebensbedrohlich dass sie das nicht könnte irgendwo nimmt Elena den Schmerz wahr die Schnitte war das blut was aus den bunten quillt und auch die kleidung irgendwann schwer und nass werden lässt irgendwann wird das atmen tatsächlich etwas schwieriger als du den was weiß ich wie viel Gegner den Säbel bis zum Heft in den Brustkorb bohrst und dann siehst du den die Gestalt mit der Kapuze am Tor das gerade geschlossen wurde zwei Wachen stellen sich vor diese Gestalt und halten ihre helle Baden in deine Richtung Helena steht da atmet durch im Kampf getümmel wirkt es für sie wiegt es wie eine Ewigkeit es mag nur ein Bruchteil eine Sekunde sein wie sie da steht durchatmet sich schüttelt dann hast du die hohe quiekende Stimme du glaubst doch nicht dass dieser Angriff an Erfolg kring ist oder oh doch aber natürlich tue ich das und Elena begibt sich vorwärts den Schild fixiert auf den einen mit den Hellebaden den ersten Hieb abwehrend mit dem Schild den zweiten mit dem Säbel blickt hat Elena nur den Blick für den Mann mit der Kapuze der in ein schallendes Lachen ausbricht die Hände zum Himmel reckt dunkle Mutter hilf uns in diesem Kampf lass uns unsere Feinde überwinden und zerschmettern dann dreht sich Elena in einem gekonnten in einer gekonnten Drehung um sich selbst stößt das Schild gegen das Kinn ihres ersten Angreifers der zurücktaumelt was machst du mit dem zweiten der zweite der erste fängt sich das Schild der zweite kriegt tatsächlich denselben rücklinks ab und sie hält sie sich auf sie schlägt den erst genau der zweite kriegt denselben rücklings an den Kopf mit der Rückseite einfach gegen den Helm dass er ein bisschen in die Ohren klingeln sie macht sich dadurch auf das ist sie sich bewusst aber sie hat ein Stoßgebet an Rondra auf den Lippen ich bin ich bin dein Schwert sei du meine Wehr steh mir bei Läuern in diesem Kampf ja und so ähm schaffst du es den äh den einen Gegner zu Boden zu ringen während der andere wieder das Bewusstsein wieder erlangt hat und nochmal mit deiner helle Bade in einem Sturm Angriff auf dich zuläuft Elena sieht das kommen und würde sich dann auch direkt wegdrehen sie steht ja vor dem Magier so ein bisschen und würde sich wegdrehen in der Hoffnung dass der dass der Angreifer nicht direkt ausbremsen kann vielleicht den Magier erwischt wenn der sich nicht auch beiseite ist also so warten bis der Sasona ist dass er fast meint er würde sie erwischen und dann mit dem Schild die Hillebarde sich von weg drücken wegdrehen und die Hillebarde etwas ablenken in Richtung des Magiers gekonnt elegant wieder wie ein Tanz Lässt den Angreifer hinter dir und hast eine freie Sicht auf das Feld was dich zu der Kapuzengestalt bringt es sind vielleicht drei vier Schritt Distanz die du noch zu überbrücken hast und dann siehst du die Flammen die aus dem Boden schießen kleine vielleicht kerzengroße Flammenringe die sich überall auf dem Boden zwischen dir und der Kapuzengestalt aus dem Boden schälen als würden es kleine Finger die nach oben züngeln und versuchen sich aus dem Boden zu geraten der Himmel zieht sich zu eben war es noch wolkenfrei nun eine kleine Wolkengruppe die sich vor die Sonne schiebt und ein Blitz der in den Boden zwischen dir und der Kapuzengestalt einschlägt werden das nicht kommen sehen schaut erst meinen Moment geblendet ähnlich wie gegenüber kleine Elektrizitäts Überreste rucken über den Boden hinweg hinterlassen ein leichtes flirren in der Luft sich der Boden dadurch verändert oder ist der immer noch Finger drauf zu diesem Boden das sind Flammen die da raus Finger Flammen Finger Helena schaut sich das Muster an nachdem sie ihre Augen wieder an die Umgebung gewöhnt haben sie kickt einen Stein über die Flammen zu schauen ob die irgendwas damit machen passiert nichts ok naja der Stein lebt dann kommt dieses leist mit einem mal der Kapuzen Mann die Hände wieder auf den Boden und du hörst einen erscheine und es gibt einen Riss in der Realität ein Donnerhall mit dem zwischen dir und der Gewuzengestalt ein leicht purpur schimmerndes Portal sich öffnet über diesem Flammenmeer auf dem Boden und heraustritt eine ungefähr Elena um einen Arm überragende Gestalt eine aufrecht gehende Katze mit riesigen Klauen messerscharfen Zähnen ein Maul so groß dass sie deinen Kopf in einem schlucken könnte weißliche Augen einen langen Skorpion artigen Schwanz und geifernden Geifer der ihm aus dem Maul rinnt ein lautes Brüllen erscheint eine Unwirklichkeit legt sich um diese Gestalt eine Schwärze eine eine Gefühl dass überall sich die Herrchen auf aufziehen das diese Gestalt die dort aus diesem Portal getreten ist darf nicht in der Realität sein das existiert nicht du siehst zwischen den abgerissenen Fellbüscheln dieses Katzenwesens dicke verwobene eklige Adern hervorschießen blutige Striemen die sich über Schnitte ziehen und die riesige Pranke die sich erhebt vor dir Elena steht ein Dämon sie flucht ich war zu langsam sie fängt an ein Lied zu singen auf Kondra und geht zum Angriff über sie nimmt den Schild vor sei mit mir Leuhen es ist eine widerliche Kreatur lass sie uns zurückschicken wohin wo sie herkommt und mit erhobenem Säbel stürmt Elena auf dieses Katzenwesen ein den Zand den Krieger Dämon der Belhal und mit unglaublicher Geschwindigkeit springt dieses Katzenwesen über Elena hinweg dreht sich die dicke große übermenschliche Krallenhand packt Elena von hinten und stampft sie mit einer Gewalt und einer Wucht in den Boden dass Elena nur noch knacken hört aus verschiedenen Ecken ihres Körpers sie kommt keinen Ton über den Lippen außer ein Schrei als das Tier sie hochhebt du blickst dieses Wesen an wie es über dir kniet die Pranke erhoben hat der Geifer läuft dir ins Gesicht dir Schwefelgeruch der dieses Vieh umgibt steigt in deine Nase und die Augen diese weißen Augen fixieren deinen Blick du verlierst dich in diesen Augen und und die sämtliche Kampfes sämtlicher Kampfes Mut sämtliche wohlwollenden Dinge die Rondra dir zukommen hat lassen das was du von dir nicht kennst die Angst zu kämpfen kriecht in Elena hoch unter dem Blick dieses Wesens ein Streit mit dieser Pranke und du bist nicht mehr der Schmerz zieht sich durch deine Krochen die Angst quält sich hoch ist das das Ende Elena atmet schwer ihr tut alles weh weiß definitiv wird sie wahrscheinlich hier nicht ganz aus eigener Kraft wegkommt sie beginnt zu beten zu singen wieder schaut dass sie ihren Arm kriegt und wird sie diesen äh ihren Säbel wieder kriegt faszin fester schneidet sie wahrscheinlich ist sowieso sie irgendwo blutig zieht den Säbel durch das Blut macht ein Stoßgebet an Rondra dass sie diesen Säbel mit Kraft füllen möge und haut dann mit diesem Säbel auf das auf das Tier auf die Pranke ein die da kommt das würdest du auf puren Felsen schlagen kein einziger Schnitt kein einzige Wunde nicht einmal ein Zucken und dann fährt die Pranke mit den krallenbewehrten Hand hinunter Richtung deinem Kopf Lena reißt den Schild hoch schreit und hier verlassen wir die Rabenmark für heute viel früher als sonst aber in einem schönen Cliffhanger Stelle schön ist da gar nichts und mit dem Bewusstsein mit dem Bewusstsein dass man vielleicht nicht jeden Gegner angreifen sollte Egal eine Amazone weniger scheiße so weit sind wir noch nicht aber einfach wird es nicht das ist ein Kampf Dämon das ist so ziemlich das schlimmste was man kriegen kann aber jetzt ist er da und auf dieser Seite des Tors und nicht in den Armeen des Angreifers zumindest 99 Problems ok ja da wir sowieso heute ein bisschen früher Schluss machen wollten weil wir morgen alle Termine ganz ganz früh haben einmal eine kurze Folge aber dicke packe voll glaube ich quasi trotzdem oh ja oh ja absolut genau und ich glaube wir brauchen Mora Osko und Jandrik und Astanio noch beim nächsten Mal vielleicht kann sie noch eingreifen und Elenas Tod verhindern ah ja oder zumindest dem beiwohnen das wäre für Astanio gar nicht so ja danke sehr time to say goodbye der wird sich mit rein reinstürzt und sich auch rumbringen lassen ja aber der hat auch andere Möglichkeiten gegen den Sun vorzugehen als du ja gut ja war sehr spaßig euch die Albtraumwelt der Tagunitod noch irgendwie ein bisschen näher zu bringen hat euch ja auch gewarnt da runter zu gehen jetzt wisst ihr warum und seid mal froh dass ihr Osko mit hattet mit seinem Talisman der Pyreine ich fand es auch sehr sehr gut dass Jandrik im richtigen Augenblick sein 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 Glauben an das Gebet wieder gefunden hat ich fand das hat Sinn gemacht das war eine sehr schöne Szene eigentlich hätten wir Astanio auch noch ausspielen müssen aber das ist zwar blöd wenn er nicht da ist du hast ja so ein bisschen was angedeutet von ich war kurz irgendwie ich musste ein bisschen überlegen wie ich das mache wie der da raus kommt und jetzt habe ich ihm glaube ich auch einen Zauber an die Seite gegeben die er glaube ich gar nicht hat aber jetzt ist halt so er hat Bücher studiert genau Rattel hat ihm vielleicht irgendwas beigebracht ja da könntest du mal die Aufnahme schon stoppen das kann ich mal ja vielen 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 Dank waren wieder sehr sehr coole Beschreibungen dabei und bin gespannt was ihr noch findet irgendwie im Tagunitor Tempel ob wir Elena gerettet kriegen ihr könnt ja mal wenn ihr das hier später nachschaut in die Kommentare mal Vorschläge hinterlassen wie eine einzelne Amazone ohne geweihte Waffen einem Kampfdämon beikommen kann mal schauen aber gut Elena ist ja auch nicht alleine da sind ja auch noch ganz viele eben das hab ich gedacht weglaufen irgendjemand sich noch einmischt irgendjemand Moras Vater kannst du raus aus meinem Kopf Koali die ganzen Kinder kommen jetzt und schmeißen Steine oh Gott bitte nicht ja mal gucken ich lass mir was einfallen genau und ja vielen Dank dass ihr zugeguckt habt da draußen Tengil schreibt auch nie hat man einen Wollknoll zur Hand wenn man mit Katzen spielen will ja das das heilige Rondra Wollknoll hätte jetzt ganz gut helfen können ja schöne intensive Runde sagt er noch Laserpointer Laserpointer wird auch helfen vielleicht ja Raketenwerfer oder sowas sag mal schön ah ja also ich finde auch Dämonen Dämonen müssen generell immer Schwierigkeiten darstellen alles gut ich habe schon Runden gesehen wo wo dann der der Held dann da stand ach ja ein Zand ach ja kriege ich ihn dann ist irgendwie erzählerisch doch ein bisschen vorbei gut ja vielen vielen Dank fürs zugucken auch Nestorion sagt nochmal sehr schön gespielt das kann ich nur unterschreiben ohne meine SpielerInnen wäre das Ganze nur halb so cool ich hoffe es ist auch für Elena ganz gut dass wir wollten ja diese Szene eigentlich ein bisschen länger machen heute aber es war doch actionreich war okay für das nächste Mal dann noch mehr dafür war es ja auch spannend was die anderen geliefert haben geliefert wurde hier hat er so ein Herzklopfen mitgefiebert also das erste Ziel ist ja schon mal erreicht irgendwie der Kampfdämon ist wie gesagt nicht in den angreifenden Truppen und mal läuft der Armut greifen die schon an oder greifen die im Morgengrauen an noch sind sie nicht unterwegs ich wollte gerade sagen die im Morgengrauen kommen die gut ich wiederhole mich aber ich sag immer noch danke auch für die Subs nochmal da kann man nicht auf genug danke sagen wenn ihr das später schaut hinterlasst einen Kommentar und einen Daumen nach oben und diese ganze YouTube Kacke schaut doch gerne mal vorbei auf einen Kanal meiner Mitspieler innen denn die können machen jetzt gleich mal ganz kurz Werbung für ihre Sachen während ich gucke wo ich euch weiter hinschicke ob es noch einen tollen Kanal gibt oder so dann machen wir beim nächsten Mal wenn wir starten machen wir hier so eine Abstimmung ob Elena überlebt oder nicht ja danke kann der Chat entscheiden jetzt sind wir jetzt bei Panemates 14 da ich mir doch was wünschen Ossi ich fände es cool wenn du das mal kommentierst hier so wie ich das auch mache kommentierte Folge von dir bitte we will see we will see ja ja bei mir auf dem Kanal ich fange einfach mal an läuft nicht so viel bei YouTube ich habe die letzte Folge wo ich nicht mitgespielt habe die könnt ihr von mir kommentiert euch nochmal anschauen bei mir ja ansonsten bin ich im April nochmal beim Zeitdigger auf dem Kanal zu sehen am 4. April oder 5. April läuft ja dann die dritte Runde vom aktuellen Wesen Abenteuer wir sind im Bayerischen Wald in Lahn was genau da abgeht könnt ihr den ersten beiden Folgen sehen schaut es euch an ist spannend gut Paco was gibt es bei dir Neues auf dem Kanal machen wir mal darüber ja Neues leider aktuell wenig da ich aktuell sehr vereinnahmt bin mit meinem Paktikum was ich jetzt begonnen habe an der Schule aber ich bin zuversichtlich dass da irgendwann nochmal wieder ein paar Runden kommen werden beziehungsweise ein paar Streams das Neueste was auf dem Kanal aktuell noch zu finden ist ist die Vampire the Mastrate Runde die Route Sierra geleitet hat mit dem Koali und dem Mara noch mit dabei genau also wenn ihr die noch nicht gesehen habt auf jeden Fall reinschauen und der Nestorion war auch mit dabei der Osko auch also der Kaku ja ich war natürlich auch dabei genau und mit dem Nestorion aber ja genau apropos Marot wie sieht es denn bei dir aus ja bei mir ist relativ viel los jetzt die nächsten Tage erstmal nicht weil ich unterwegs bin mal sehen da werde ich nicht so viel veröffentlichen können aber auf rollenhörspiel.de gibt es zurzeit ein Projekt mit dem ich nichts zu tun habe da bin ich sehr stolz drauf dass andere Leute jetzt mal bei mir was veröffentlichen es ist ein bisschen edgy es geht um sehr viele Fäkalien aber es ist sehr sehr witzig einfach mal reinhören Superhero Blummers heißt es von Acharion der hat das geleitet der auch immer mal wieder bei mir spielt mit einigen der Spieler die bei mir immer wieder vorkommen und es ist sehr sehr witzig sehr sehr schräg nicht für jeden was aber einfach mal gucken es ist ziemlich abgefahren und ansonsten im Moment auf YouTube läuft bei mir halt meine Visual Novels die ich mache Sheldoran und eben Material auch da einfach mal reinschauen ja und was macht denn die Sierra so ja bei mir auf dem Kanal das ist total ruhig auch mein Instagram ist fast eingeschlafen aber ja wie schon erwähnt ich habe auch mal geleitet und zwar mit einigen Anwesenden und einigen Leuten die man noch nicht kannte wie gesagt guckt da mal nochmal beim Kako vorbei auf dessen Kanal und auch auf YouTube ist das Ganze zu finden und der Koali war so nett und hat das Ganze auch als Podcast geschnitten ich weiß nicht ob man das vielleicht nochmal in die Kommentare hier drunter unter diesem Video wie geschnitten habe ich da nicht aber ich habe es also ein Intro gesprochen und veröffentlicht da bin ich super super dankbar es hat echt Spaß gemacht ich leite so gut wie nie war super aufgeregt es hat fantastisch funktioniert gerade durch meine Mitspieler und Mitspielerinnen ähm ja und weil das so toll funktioniert hat wird das nicht das letzte Mal gewesen sein aber dann schreibt schreibt der Historian schon Naturtalent ja den finde ich auch Dankeschön Podcast auch schon runtergeladen noch nicht angehört Ariakos dann wird es aber Zeit ja äh den Ossi verlinke ich euch ja auch nochmal der ist zwar heute nicht da aber den kann man trotzdem mal folgen äh über die äh entsprechenden Kanäle da äh kommt immer mal wieder ein bisschen äh Artwork Zeug und so und äh anderes äh lustiges ähm was der Ossi da so verzapft unbedingt reinschauen und ähm genau wir schauen uns jetzt ähm einen Kanal an die spielen das RPG zu Blade Runner das finde ich irgendwie total klasse und deswegen schenke ich euch da hin die haben zwar schon 76 Zuschauer jetzt kommt ihr noch mit dazu grüßt schön benehmt euch und äh wir sehen uns in dieser Konstellation hoffentlich in zwei Wochen wieder macht's gut und bleibt gesund tschüss tschüss oh schade schon vorbei alles aber du könntest dir auch andere Sachen anschauen zum Beispiel das da oder das da mach das mal tschüss schade tschüss Vielen Dank.